Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, das Ende eben kam plötzlich. Aber nach 20 Minuten, daher sollte es nicht so sehr überraschen. Ich versuche in der Möglichkeit meine Folgen auf 20 Minuten zu beschränken. Das ist witzig mit drei Parteien. Vor allem wenn die dritte die kleinste ist. Macht mehr, ist kaum Schaden. Das ist ja ganz normal. Und können die sagen, ob man jemanden besiegt hat oder nicht? Weil den einfach nur K.O. schlägt oder so. Ich hörte Gunshots. Was ist passiert? Ein kleines Handgemenge. Was war dein Plan, Golem? Du hast bereits meine Brüder und Brüder kennengelernt. Als wir in der Erde kommen können, ich kann dir helfen. Ich kann dir Frieden auf deinem Hause bringen. Es ist klar, dass meine Familie mich niemals verabschieden, um zu töten Vater und Mutter zu töten. Und das ist gut. Aber ich kann sie nicht zu lassen, dass sie sie auch zu töten. Nein, es ist nicht gut, wenn sie dich zu töten. Du musst mir erzählen, wie es passiert. Genau wie es passiert mit Vater und Mutter zu töten. Ich glaube auch, dass die Konfession gut für dich wäre, Gott. Aber jetzt müssen wir gehen. Und ich sage, dass wir einen anderen Weg nach Halstown, hier auf der Koste, um zu vermeiden, weitere Konfrontationen mit deiner Familie zu töten. Hm. Vielleicht kommen wir jetzt wieder in der Vergangenheitsszene? Kindes vor dem Mord an Vater und Mutter. Ja, ich finde eine Vergangenheitsszene. Ich wurde von der Familie verabschiedet. Aber ich musste trotzdem in der Vater und Mutter mitbekommen. Aber um sie selbst zu finden, musste ich nach seinen Körper und seine Begeistern ziehen. Mein Bruder und der Nordrhein-Gang. Also habe ich versucht zu schnauern durch die Seuers zu sehen, dass ich einen Exit nahe der Vater und Mutter gefunden habe. Ich denke mal, das war die richtige Entscheidung. Ich finde es aber auch witzig. Ich halte so, beim Gehen, eben schwankte das ja richtig und her, weil das irgendein Grund macht die Sprund-Einvention mit. Blumenkohl! Oder Rosenkohl, wäre sogar noch schlimmer. Ich habe eine Kräfte. Es tut mir leid. Ich habe die Kräfte. Ich habe die Kräfte. Ich habe die Kräfte. Na, der hat so viel an Blut getrunken. Ich denke mir, hier ist alles gebietsgetriggert und nicht Lautstärke oder so. Komm, da kann man doch durchklettern. Hey, mach die Tür doch nicht zu. Oh. 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 Hey. Oh. 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 Na komm, hebe das auf! Dann nicht Er sagt zwar, er schießt jetzt, schießt aber nicht So, dann fehlt hier noch einer Also im Schießen will ich ihm deutlich überlegen, weil er jetzt viel zu langsam schießt Und ich hab Deckung Oh, da sind die drei Geschichten von der Northern Gate Gang Oh Oh ARGH! Na gut, der kann ausweichen. Ja, da wollte ich gerade abhauen, um ihr Leben zu suchen. Das hat nicht so ganz geklappt. Ah gut, ich muss jetzt nur noch gegen Ki-3 kämpfen. Mist, daneben. Das hat nicht so ganz geklappt. Das hat nicht so ganz geklappt. Das hat nicht so ganz geklappt. Ich stecke hier wirklich in Schwierigkeiten. Alter Schweder. Wenn die nochmal treffen, bin ich hier geliefert. Ist das der letzte, der von ihnen übrig ist? Warte Mutter ist aber schon gefunden. Oh, ich muss gegen nochmal drei kämpfen. Oh. 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 Hold on. Es ging noch ein. Es ging noch ein. Oh man. Also wenn ich jetzt getroffen werde, bin ich geliefert. Super wenig Schaden mache ich damit. Oh man. Oh komm, jetzt muss ich die richtige Strategie anwenden. Ja, da wurde ich schon besiegt. Ja, ja. Ach komm, ganz ehrlich. Was sollte das denn? Ja, ja. Ja, danke. So, jetzt versuche ich das Ganze nochmal. Ohne dabei gleich mal die Hälfte meiner Leben zu verlieren. Also ich lasse ihn jetzt erstmal schön reinkommen. Ohne dabei gleich mal die Hälfte. 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 So, endlich habe ich es geschafft. Und ich habe sogar noch Leben hierüber. Aber der Hammerkopf ist abgebrochen. Ich glaube, die Karte wird voller. Ja, wird sie. Das hier war früher nicht da. Das ist dieser Raum, in dem wir gerade waren. Minuten vor dem Mord an Vater, Mutter. Ich bedanke mich für's Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.